Stefan Sagmeister ist ein in Österreich gebürtiger Grafikdesigner, der seit über 30 Jahren in New York lebt und arbeitet. Einem größeren Publikum bekannt geworden ist er durch CD-Covers, die er für Leute wie Lou Reed, The Rolling Stones, The Talking Heads gemacht hat. Das ist die Happy Show in Zürich, im Prinzip eine relativ persönliche Ausstellung über die Frage, ob es möglich ist, meinen Geist so zu trainieren, wie ich das mit meinem Körper machen kann. Das wird so von verschiedenen Arten und Weisen und Richtungen her beleuchtet. Gleich hier um die Ecke fragen wir die Besucher, wie glücklich sie selber sind anhand von diesen Kaugummi-Automaten. Dann gibt es einige Statistiken hier und dann doch relativ viel interaktives Material oder interaktive Installationen, wo man verschiedene Sachen in der Richtung Glück und Glücklichsein ausprobieren kann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020